FAMILIE FOX IN GEHEIMER MISSION JA! WUH! Sieht man ihr Amulett? Sie bekommt eine Vision. Bitte alle anschnallen und fertig machen für die Landung. Stone ist der Anführer und das böse Hirn der Schattenleger. Der Böseste unter den bösen Jungs. Wir sind dazu da, die Artefakte zu beschützen. JA! Wir sind echt ein Superteam!